Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit, letzter Schluss für die TUX-Tage 2023. Dieses Mal geht es um die Dodger-Tools. Das sind Werkzeuge für Linux-Nutzer und Administratoren mit sehr vielen Einzelteilen, Skripten, Modulen, die ich jetzt schon seit doch einiger Zeit immer mal wieder veröffentliche und da gucken wir gleich mal rein, was es da so alles gibt. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, ein intelligentes Editieren von Dateien, sodass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend Folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit Weget könnt ihr es eben über die URL runterladen und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger-Tools-Repository gibt, auch runtergeladen werden können. Und das Hauptpaket Dodger-Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger-Tools drin, die nenne ich hier Module und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audio-Kompressionen geht, dann wird vielleicht der OGG-Encoder für das Audio-Format benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser OGG-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get-install-y-dodger-tools-install-suggests. Ja, genau, damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet, aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. Nachdem euch der Vergangenheitshauke erzählt hat, was das überhaupt so grob ist, die Dodger-Tools, und wie ihr die bei euch installieren könnt, kommen wir zurück zum Gegenwartshauke. Und ja, das Ganze ist in Module und Modulkategorien aufgeteilt. Wir haben da ein relativ einfaches Namenschema, also mit dt fangen diese Skripte, die Module, die ihr ausführen könnt, immer an. Dann kommt ein Unterstrich, dann kommt der Name der Kategorie und eventuell noch eine Unterkategorie und dann der eigentliche Modulname. Bei diesen Kategorien gibt es sowas wie Bug für Backups, DB für Datenbanken, DEP für Dinge, die mit Debian-Paketen zusammenhängen, also Paketmanagement unter Debian oder auch Pakete bauen, das fällt alles da rein. Dann Doc für Dokumente oder Dokumenten-Nachbearbeitung, Generation von Dokumenten und so weiter und so fort. Dann haben wir Edit, Bearbeitung von Textdateien, Textkonfigurationsdateien, GFX für Grafik, HLP für allgemeine Hilfsprogramme, die ich jetzt in so eine andere Kategorie nicht so gut reingekriegt habe, wo ich nicht wusste, wohin damit. Das ist denn HLP oder so kleine Helferprogramme, Module, die für anderes irgendwie praktisch sind. Dann haben wir Info, damit kann man Informationen aus dem System gewinnen, also alles mögliche auslesen, Systemstatus und so weiter. Monitor, da sind Monitoring-Module drin, womit wir den Status des Systems überwachen können, ob da irgendwas ausgefallen ist. Net für Netzwerk-Dinge, SF für Source-Forge, Sys für System-Dinge, die sehr systematisch sind. Und ja, VM für Virtualisierung, X2Go für Sachen für X2Go, das ist sowas wie RDP, also dass man auf entfernte Systeme zugreifen kann. Also das hier sind die ganzen Kategorien, in die die Dodger-Tools-Module einsortiert sind, damit man die leichter wiederfindet. Oder damit man, wenn man, ja, vielleicht irgendwie ein Dokument bearbeiten möchte, dass man denn schon mal guckt in dieser Kategorie und dann gucken kann, was gibt es da denn noch. Und genauso wie bei den anderen Sachen hier bei Edit, da gibt es verschiedene Editierungs-Module, um dies und jenes und welches zu tun. Ja, genau. Aber es gibt neben den Modulen auch Dodger-Tools-Pakete, das sind eher umfangreichere Dinge, also Module sind relativ klein gehalten. Und Pakete, die könnt ihr ja nachinstallieren, wenn ihr die haben wollt, da gibt es auch nochmal weitere. Sowas wie Unzip-All, damit kann man alle ZIP-Dateien in einem Verzeichnis entpacken, Flatten-DIR, verschiebt alle Dateien aus allen Unterverzeichnissen in das aktuelle Verzeichnis und fügt dabei den Unterverzeichnisnamen in den Dateinamen ein. Also ihr habt da verschiedene Verzeichnisse, da liegen Dateien drin und damit alles wirklich in das Verzeichnis, von dem ihr das aus aufruft, hineingezogen wird, wird jeder Dateiname so angepasst, dass er auch den Namen des Unterverzeichnis noch enthält. Das gucken wir uns sinnvollerweise doch mal an, denn die Erklärung ist irgendwie eher verwirrend, merke ich gerade. Das ist jetzt kein Modul, das ist ein Paket, was in dem Nordscha-Tools-Repo drin ist und was ihr nachinstallieren könnt. Und hier unter dem Linux Mint mache ich das so, über sudo apt install, einmal blind tippen. So, brauche ich ein Passwort dafür und darüber installiere ich dieses Paket nach. So, und wenn ich mir jetzt ein Verzeichnis anlege, ähm, Testdürre, so. Und jetzt habe ich hier erstmal nichts drin, ich mache mir ein Verzeichnis 1, ein Verzeichnis 2. Und ich möchte im Verzeichnis 1 eine Datei A haben und da schreibe ich einfach bloß ein X rein, A, B und in 2 möchte ich C und D haben. Jetzt habe ich hier so eine Verzeichnis Struktur, also Verzeichnis 2 mit 2 Dateien, Verzeichnis 1 hier mit, ähm, ja, mit den beiden. Und wenn ich jetzt hier mache Flatten, dir, dann habe ich jetzt hier diese Dateien, also dann gibt es keine Verzeichnisse mehr. Ja, dann habe ich jetzt hier Dateien, die sich zusammensetzen aus dem ursprünglichen Verzeichnisnamen und dem Dateinamen getrennt durch den Unterstrich. Und das liegt alles in dem Verzeichnis, wo ich Flatten, dir, aufrufe. Also ich klopfe die Verzeichnisstruktur damit flach. Ja, also da kommt dein Name auch her, Flatten, flach. Ja, also dafür ist das denn da. Für einige Sachen kann das manchmal praktisch sein, aber ja, je nachdem müsst ihr wissen. Aber für andere Sachen ist das auch totaler Quatsch, da braucht man es nicht. Ja, sehr viele Speziallösungen, die es in den DogeTools gibt, beziehungsweise in den Programmen, die es noch zum nachinstallieren Paketen gibt. Dann haben wir hier EasyFW, eine einfache Firewall, mit der man alle eingehenden Verbindungen unterbrechen kann. Das kann man an- und ausmachen. Dann gibt es bget, damit kann man Dateien herunterladen von Web-Servern und die URLs, die abgegrast werden. Da kann man dann sagen, naja, von der Nummer 1 bis 100 lade mir diese Dateien herunter. Also keine Ahnung, 1zip, 2zip, 3zip und so weiter. Also quasi so ein relativ einfacher Download-Manager, der seine URLs selbst generiert anhand von einem Schema. Mit Tor-Forced-Users kann man dafür sorgen, dass die Verbindungen, die von einem Benutzer von dem lokalen System, worauf man sich befindet, immer durch das Tor-Netzwerk durchgeleitet werden. Also wenn man jetzt vielleicht auf die Idee kommt, dass man eine Software ausführen möchte, der man nicht so hundertprozentig traut, aber man braucht sie halt doch aus diversen Gründen, dann kann man das so machen. Dann führt man die unter einem speziellen Benutzer aus und über dieses Paket legt man dann fest, dass die Verbindungen wirklich bloß über das Tor-Netzwerk nach draußen dürfen. Das hat den Vorteil, dass die Gegenstelle, also der Server von der Gegenseite nicht wirklich weiß, wo ihr seid. Und das kann für euch ein Sicherheitsgewinn sein, je nachdem, was ihr damit macht. Dann gibt es hier noch SSCP ohne Speichern. Das ist einmal SSH und SCP. Das sind einfache Wrapper quasi um SCP und SSH, die nicht nach dem Fingerabdruck von der Gegenseite fragen, wenn ihr euch das erste Mal mit dem System verbunden habt. Also das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch mit SSH auf einem neuen Server verbindet, dann kommt da so eine Abfrage. Naja, dieser Fingerabdruck, so ein Buchstaben-Zahlen-Code, den möchte man jetzt doch gerne mal verifizieren, weil das System unbekannt ist auf der Gegenseite. Und über dieses, was da drin ist, diesen Wrapper, wird das deaktiviert. Also für solche Sachen, wo ihr relativ schnell mal eine neue IP habt, wenn ihr Raspberry Pi im Netz mal reinschmeißt, mal kurz was ausprobiert und den hinterher wieder wegwerft. Also natürlich nicht ein Pi, sondern das installierte System da drauf. Und dass ihr dann eine relativ schnelle Rotation habt bei den IP-Adressen, dass ihr die auch wiederverwendet. Also im lokalen Netz zum Testen oder auch für Virtualisierungsaufgaben, wenn ihr schnell eine virtuelle Maschine hochzieht, lokal wiederum, wenn man mit SCP ein Skript drauf kopieren möchtet. Ja, und dann kommt jedes Mal diese Frage, das System kennen wir nicht und was sollen wir da jetzt machen? Und das macht das Leben ein bisschen einfacher. Natürlich nicht für Produktivsysteme, die sich eigentlich nie ändern sollten, verwenden, sondern wirklich bloß für Tests. Und weiterer Vorteil dabei ist, auch in die Known Host Datei wird nichts eingetragen. Jedenfalls nicht in eure offizielle, so dass auch nicht gejammert wird von SSH oder SCP, wenn sich die gegenseitig ändert haben sollte. Dann habe ich hier Gainscripts. Damit kann man die Lautstärke von MP3s so ein bisschen anpassen, also auch die Unterschiede zwischen linken und rechten Kanal anpassen, damit da nicht so viel Unterschied ist. Da habe ich schon mal eine Folge zu gemacht, wie man Hörspiele so anpasst, dass sie sich auch auf einem Ohr noch ganz gut anhören, so dass man da dann nichts verpasst, wenn einer bloß auf der einen Seite redet und auf der anderen denn gar nicht. So, das kommt bei einigen Hörspielen vor. Und damit werden die Unterschiede sehr minimal und ihr könnt auch die Gesamtlautstärke von dem Ganzen anpassen. Dann haben wir noch Home in Lux Container. Damit legt ihr einen neuen Benutzer an und die Informationen, die ihr normalerweise unter Home-Schrägstrich euer Benutzername drin habt, die werden in einen Lux Container abgelegt. Also das ist ein verschlüsselter Container, der auf der Platte abgelegt wird oder auf der SSD natürlich. Und die Informationen werden physikalisch auf der Platte nicht unverschlüsselt abgelegt. Das ist so eine Variante, die ihr wählen könnt, wenn entweder euer ganzes System nicht verschlüsselt ist oder ihr für spezielle Benutzer nochmal eine extra Verschlüsselung haben wollt. Und das Ganze mit aktueller Lux Verschlüsselung und nicht, was es vorher mal gab, eCryptFS, was sehr unsicher war. Und wenn ihr euch am System mit einem Benutzer anmeldet, für den ihr das eingerichtet habt, dann wird dieser Lux Container auch sofort entsperrt. Denn das Passwort ist genau dasselbe wie auch bei der Benutzeranmeldung. Also von daher solltet ihr ja schon was Sicheres wählen. Dann haben wir noch dt-chron-apt. Damit werden zu speziellen Uhrzeiten automatisch Cron-Jobs gestartet, die das System aktualisieren. Das gibt dieses grundlegende Cron-apt. Das ist bei Debian, Ubuntu, Linux, Mint schon mit dabei. Kann man installieren. Aber das möchte noch so ein bisschen konfiguriert werden. Und das Paket dt-chron-apt macht das für euch ein bisschen einfacher, indem dort abgefragt wird, zu welcher Uhrzeit soll das Ganze gestartet werden. Und möchtest du über eine E-Mail-Adresse benachrichtigt werden, wenn dann Update gelaufen ist und so weiter. Also das macht es für euch einfacher, auch wenn ihr Cron-apt direkt so benutzen könnt, wenn ihr das möchtet. Dann DM-Tools. Das sind verschiedene einzelne Skripte, Werkzeuge zum Anlegen und Öffnen von verschlüsselten Laufwerken. Überwiegend für Lux jetzt, aber der Name DM, das kommt noch von dem Device-Mapper von früher, DM-Crypt. Darüber läuft das quasi immer noch. Aber Lux, denke ich mal, ist eher so das prominentere Beispiel, was man jetzt kennt. Und da sind verschiedene Werkzeuge dafür, die euch das Leben ein bisschen einfacher machen, die praktische Voreinstellungen schon mal wählen für euch, dass ihr nicht jeden Parameter per Hand anpassen müsst. Ja, genau. Und das legt Container an oder verschlüsselte Partitionen, öffnet die und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt noch ein Paket, mit dem ihr einen Raspberry Pi in einen WLAN-Accesspoint verwandeln könnt. Und das nimmt euch wiederum eine Menge Konfigurationsarbeit ab. Ja, ein einfacher Dialog kommt dann, wie soll der Accesspoint heißen, Passwort eingeben und ich glaube noch ein paar andere Parameter, die ihr denn da eingebt. Und dann wird die Software installiert, die ihr dafür braucht. Und das wird auch alles eingerichtet. Also, dass ihr deutlich weniger Arbeit habt, als wenn ihr das per Hand macht. Ja, also das wären jetzt so ein paar Beispiele hier für Pakete, was in Dodger Tools so drin ist. Und die könnt ihr einzeln installieren, je nachdem wer das denn gerne haben möchte. Oder ihr lasst die weg und verwendet bloß hier die Module aus den Kategorien. Nachdem ich jetzt ja sehr viel einfach mal so gezeigt habe, nur auf Folien, gucken wir uns das Ganze auch noch mal in echt an. Ich habe hier so eine virtuelle Maschine, wo die Dodger Tools schon installiert sind. Und dann gucken wir einmal mit D-T, also nicht D-T Unterstrich, sondern D-T zusammengeschrieben, was es so alles gibt. Und das ist eine ganze Menge. Also hier sind die einzelnen Modul-Namen, also einzelne Skripte. Und danach kommt die kurze Beschreibung, was das Ganze macht. So, und wenn wir uns jetzt mal was rausgucken, oder ich mache das einmal anders. Ich mache jetzt hier D-T Unterstrich, Tabulator, Tabulator-Taste. Dann bekomme ich hier, ja, die Möglichkeit, diesen Anfang, den ich eingetippt habe, zu ergänzen oder mir eine Liste zu holen. Also es gibt 118 Möglichkeiten, wie es danach weitergehen könnte. Also da schaue ich mir auch mal an, Y. Und da bekomme ich jetzt wiederum so eine Liste mit den Modulen. Aber dieses Mal auf Ebene von dem Dateisystem. Also das macht die Bash für mich. Und mit der Leertaste kann ich immer um so eine Seite weiterblättern. Wenn ich jetzt gucken möchte, zum Beispiel im Bereich Info, also IN reicht schon hier, also oder I reicht sogar schon, Tabulator und dann wird es ergänzt. Und jetzt ist es wiederum nicht eindeutig, wenn ich jetzt hier wiederum Tabulator, Tabulator-Taste drücke, dann habe ich hier noch, 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Zum Beispiel hier DT-Info-Free-Space. Wenn ich das einmal wegschmeiße und hier Kopieren, Einfügen mache, dann bekomme ich hier, ja, 29.957 Megabyte. Das ist, ja, ungefähr das, was hier steht bei 30 Gigabyte. Also der Wert hier ist ein bisschen genauer. Wenn ich jetzt ein bisschen Informationen dazu haben möchte, zu diesem Modul, dann gebe ich ein hier, minus minus help. Und da steht denn, ja, und das zeigt mir an, wie viel freier Speicher auf einem Gerät noch verfügbar ist. In diesem Fall unsere Root-Partition, wo das Betriebssystem drauf ist, wo die Daten drauf sind. Und wenn ich jetzt hier einmal ein anderes Verzeichnis reingehe, in das EFI, wenn ich das dürfte. Mit Root-Rechten geht das denn? So, und wenn ich dasselbe jetzt hier einmal wiederhole, dann bekomme ich hier, weil ich mich in einem anderen Verzeichnis befinde, was auf einer anderen Partition drauf ist, nämlich hier devsda2 im Gegensatz zu 3, wo mein Betriebssystem drauf ist. Und da sind jetzt noch hier 505 MB frei. Frei. Ja, genau. Und so kann ich immer gucken, wie viel Platz auf dem Laufwerk, das mein aktuelles Verzeichnis speichert, noch frei ist. Ja, also das wäre jetzt ein relativ einfaches Deutscher Tools Modul. Und da gibt es noch sehr viele weitere. Wenn wir uns jetzt mal was... Na ja, was haben wir denn noch? Wir haben ja so viel. Und ich habe nicht unbedingt hier einen Plan gemacht, was ich heute zeigen möchte. Als nächstes picke ich mir mal dt-info-get-mac-by-network-device raus. Das hier sagt mir, wenn ich das so aufrufe, es fehlen hier Parameter. Also ich brauche hier ein Parameter, den ich noch übergeben muss. Und es wurden null Parameter übergeben. Ja, und das ist viel zu wenig. Und das Ganze ist dafür da, um die MAC-Adresse von einem Netzwerkgerät zu ermitteln. Und ja, gucke ich erst mal, was ich hier drin habe in meinem System. Ich habe hier ENP0S3. Das ist der Gerätename meiner Netzwerkkarte. Und wenn ich als Parameter hierfür das angebe, dann bekomme ich hier die MAC-Adresse für das Gerät hier raus. Und das steht hier auch genauso drin. Das ist dann genau das. Ja, haben wir noch mehr aus dem Infobereich. Der Infobereich ist eigentlich ganz praktisch. Da kriegt man Informationen raus. Ja, ohne dass man jetzt was großartig kaputt machen könnte. Es gibt auch Dinge, die wirklich was kaputt machen. So, das hier geht at Home Directories. So, da haben wir jetzt so eine Liste mit Heimatverzeichnissen, die irgendein Benutzer im System verwendet. Sieht erst mal ein bisschen komisch aus, dass es hier auch Benutzer gibt, die sowas wie USR-SBIN haben. Aber unter so einem Linux-Mint, in diesem Fall, was ich da habe, ist das durchaus normal, dass da diese Verzeichnisse auch angegeben werden. Also sowas wie Home Test und Home Test 2. Das sind meine quasi Arbeitsbenutzer, mit denen ich mich auch anmelde. Und dann gibt es noch eine Menge weitere Heimatverzeichnisse, die von irgendwelchen speziellen Benutzern, Systembenutzern als Heimatverzeichnis verwendet werden. Nachdem ihr jetzt so grob wisst, wie das Ganze funktioniert, mit Parametern, Hilfesuchen und so weiter, schnappe ich mir mal aus jeder Kategorie so ein bisschen was irgendwie so und einen großartigen Plan dazu haben, was ich machen möchte. Wenn ich jetzt mal von oben alphabetisch anfange. DT-Bug, das ist die erste Kategorie. Und dann mit Tabulator. Mal gucke, was es dort gibt. Da haben wir hier diese Unterkategorien, einmal für Borg-Backup und für Klon-Zilla. Ja, zum Beispiel. Und ich nehme einfach jetzt mal zum Demonstrieren. Ich werde das nicht wirklich durchführen, aber damit ihr noch was Weiteres dabei lernt. Eine weitere Eigenschaft der Dodger Tools. Wenn ich das jetzt hier B, O, Tabulator und Backup so mache, dann sagt er mir jetzt, das Programm Borg fehlt. Das ist auch ganz normal so, denn üblicherweise installiert ihr mit den Dodger Tools nicht die Abhängigkeiten mit, die ihr braucht. Ihr könnt das auch machen. Habt ihr ja beim Installationsteil gut aufgepasst, dass das so geht, aber üblicherweise wird das nicht mit installiert, denn die meisten Sachen davon werdet ihr wahrscheinlich niemals benötigen. Denn warum braucht ihr jetzt hier Borg, wenn ihr eine andere Backup-Lösung habt? Warum sollen diese Programme auf eurer Platte rumgammeln oder dass sie sich noch irgendwie halb einrichten und ihr benutzt es nicht? Also Ballast wird nicht mit installiert, aber wenn ihr jetzt das erste Mal ein Modul aufruft, wie das hier, was eine Abhängigkeit benötigt, die nicht installiert ist, dann gibt es eine Fehlermeldung. Ich mache das jetzt mal so. Ich werde das jetzt mal nachinstallieren, damit wir einmal den Unterschied sehen. Dazu hole ich mir eine neue Shell, macht das auch größer, und mit sudo-i, super geimes Passwort, apt install borg bug, up, ich glaube, so heißt das Paket, da würde ich mir jetzt diese ganzen Pakete nachinstallieren und in diesem Fall werden bloß ungefähr 7 MB zusätzlicher Ballast installiert und bei diesen ganzen anderen Modulen, die irgendwelche Abhängigkeiten nachinstallieren, kommt eine ganze Menge zusammen, also geschieht das nicht automatisch. Aber in diesem Fall möchte ich das einmal machen. Also ich habe jetzt gleich einen Borg-Backup hier drauf, der nicht eingerichtet ist, um euch das einmal zu zeigen, wie dieser Unterschied ist. So, jetzt wieder zurück zu dem hier. Mal mal aufrufen. Und als nächstes sagt es mir jetzt, ja, ich habe hier 0 Parameter übergeben, aber wir brauchen 3. Ja, das ist ja irgendwie blöd. Wenn ich jetzt wirklich ein Backup machen wollte, dann muss ich mir den Backup-Server einrichten, richtig konfigurieren und so weiter und so fort. Und dann kann ich, wenn ich das alles gemacht habe, ein Backup durchführen mit Borg-Backup, wo ich hier das Konfigurationsverzeichnis angebe, wo steht, welche Verschlüsselung benutzt wird, wie diese Verschlüsselungsschlüssel sind, wo der Backup-Server ist und so weiter und so fort. Dann sage ich hier Archivname, wie das heißen soll. Also ich kann mehrere verschiedene Archivzweige bei Borg-Backup machen, die im selben Repro gespeichert werden. Und im letzten Punkt hier gebe ich jetzt Dateien und Verzeichnisse an, die ich sichern möchte. Und diesen letzten Punkt kann ich beliebig oft dran packen, wenn ich jetzt hier Verzeichnis 1 sichern möchte, Verzeichnis 2, Verzeichnis 3 und da drin die Verzeichnisse A, B und C sichern möchte. Aber nicht D kann ich mir da so eine Liste machen, wo ich genau vorgebe, was in ein Backup reingehört. Ja, und dann kann ich das Ganze in ein Skript schreiben und dann zu beliebigen Zeiten aufrufen, wenn ich ein Backup machen möchte. Dann haben wir noch ziemlich spezielle Dinge, die irgendwie grob in die Kategorie Backup fallen und die die Unterkategorie Klonzilla haben. Das ist ein Programm, was ihr wahrscheinlich eher von der Live-CD kennt. Also damit startet ihr euren Rechner und dann könnt ihr von dem System, was da drauf installiert ist, auf der Platte SSD, ein Backup ziehen, also ein Klon machen, den auf eine externe Festplatte speichern. Und wenn irgendwas kaputt sein sollte, dann könnt ihr das wiederherstellen und dann habt ihr eine Bit-genaue Kopie wiederhergestellt. Dafür ist das Ganze da. Und mit Klonzilla könnt ihr sowohl komplette Festplatten, also Discs, speichern und wiederherstellen oder hier auch Parts, also Partitionen sichern und wiederherstellen. Das Ganze wird in einem komprimierten Format abgelegt und da kommen noch weitere Zusatzinformationen da rein. Und beim Wiederherstellen wird es auch noch ein bisschen angepasst, so wenn ihr jetzt von einem System ein Klon anlegt und auf einem anderen wiederherstellen möchtet, dann wird beim Wiederherstellen auch das System ein bisschen angepasst, sodass die Laufwerksbezeichnungen zum System passen, dass MAC-Adressen eventuell angepasst werden und vieles. Also in Klonzilla ist eine Menge Magie drin, sodass das sehr super funktioniert. Oder wenn ihr jetzt von einem System eine Kopie anlegt, wo SATA-Platten drin sind und auf einem anderen System wiederherstellt, wo NVMe drin sind, dann wird Klonzilla das auch beim Wiederherstellen anpassen, sodass ihr hinterher wieder ein bootfähiges System habt. Also von daher ist es keine 1 zu 1 Wiederherstellung, weil es eben noch ein bisschen angepasst wird, damit das für euch besser funktioniert. Also das hier wären so umfangreichere Systeme, die ich mit meinen Dodger-Tools einbinde und womit ihr relativ komplizierte Aufgaben automatisieren könnt. Also der Parametersatz, um sowas hier zu machen, ist relativ groß. Damit das Ganze funktioniert, wenn wir uns jetzt mal hier angucken, Save Disk, einfach mal als Beispiel. Ich schmeiße das hier einmal rein mit Einfügen. Mit der mittleren Maustaste kann ich Dinge einfügen, wenn ich sie vorher markiert habe und das jetzt einmal starte. Da steht jetzt, ich muss das mit Hutrecht machen. Okay, gut. Dann gehe ich einmal darüber und wenn ich mir das Ganze jetzt einmal mit Rootrechten angucke, hier mittlere Maustaste fügt Dinge ein, die ich zuvor markiert habe und einmal Enter drücke, dann bekomme ich hier wiederum so eine Fehlermeldung. Wir brauchen jetzt noch zwei Parameter, damit wir das überhaupt machen können. Und da muss ich einmal ein Verzeichnis angeben, was neu erstellt wird, wo diese Backup-Informationen abgelegt werden. Also einmal der wirkliche Dateninhalt von dem Laufwerk, was ich sichern möchte, in komprimierter Fassung, paar Zusatzinformationen noch dabei und dann ein Gerät, von dem aus ich dieses Backup erstellen möchte. Also Kartenleser oder ein USB-Stick, externe Festplatte oder auch was Internes, was ich aktuell nicht gemountet habe. Dann läuft das los und legt diese ganzen Informationen in dem neuen Verzeichnis ab und mit dem Gegenstück, mit Restore-Disk kann ich das Ganze wiederherstellen. Wiederum auf einem Gerät, kann ein anderes Gerät sein oder auch dasselbe Gerät und da brauche ich das. Dieses und dieses Dodger-Tools-Modul verringern für euch diese ganze komplizierte Einrichtung und Konfiguration von Clonezilla, indem ihr wirklich bloß zwei Parameter angeben müsst. Ihr könnt das Ganze natürlich auch per Hand machen, indem ihr einen relativ langen Parametersatz für dieses Clonezilla-Klonenprogramm angebt. Aber die Dodger-Tools sind dafür da, dass sie euch Dinge einfacher machen, die ihr normalerweise auch irgendwie anders machen könnt. Aber da ist schon mal sehr viel für euch vorausgewählt, sodass das deutlich einfacher geht. Ja, also ihr seid nicht so flexibel, wie ihr das sonst wärt. Ich habe da einfach mal ein paar Dinge eingestellt, die ich für sinnvoll erachte. Als nächste Kategorie in der alphabetischen Reihenfolge gibt es DTDB. Das sind Dinge, die für Datenbanken da sind. In meinem Fall ist das im Moment MariaDB und MySQL, da grundlegende Sachen, die ich wirklich brauche. Also einmal sowas wie hier, exportiere mir die Datenbank oder alle Datenbanken vom System in so eine SQL-Datei, damit ich die im 2.2 wiederherstellen kann. Also das ist sowas Einfaches. Und da brauche ich wiederum ein Programm hier, was nicht installiert ist, da ich auch auf meiner virtuellen Maschine weder einen MariaDB-Server habe, noch die kleinen Programme dafür. Mit dem hier und dem hier wird aus dem aktuellen System ausgelesen, welche zusätzlichen Parameter ich noch brauche, damit ich das Kommandozeilenprogramm von MariaDB MySQL verwenden kann. Da brauche ich einmal ein Passwort für und einen Benutzernamen. Bei Debian-Systemen ist es so, da gibt es so einen Maintener-Benutzernamen, Zufallspasswort, so dass man mit Root-Rechten auf die Datenbank zugreifen kann und damit alles machen kann zum Administrieren. Je nachdem, welche Version ihr von Debian installiert habt oder auch bei Ubuntu, braucht man dafür ein Passwort. Oder wenn man Root-Benutzer ist, sich als Root-Benutzer angemeldet hat am System, dann kann man auch sagen MySQL minus U-Root und dann braucht man kein Passwort angeben und kann damit alles machen. Und dann haben wir hier noch, was auch sehr praktisch ist, da startet für euch eine Root-Konsole für MySQL oder MariaDB, damit ihr Administration machen könnt mit der Datenbank. Auf der Kommandozeile zum Beispiel irgendwie Passworte zurücksetzen oder sowas zu tun. Also ja, so ein bisschen als letzten Notnagel noch, wenn alles an nicht mehr geht, könnt ihr sowas machen. Dann schauen wir uns als nächstes die Kategorie Deb an. Also D-E-B-B-B-B für alles, was irgendwie mit Debian-Paket-Dateien zu tun hat oder mit Debian-Paketen. Nochmal wiederum Tabulator. Und da habe ich denn diese Möglichkeiten. Also da sind Dinge bei, um Debian-Pakete zu erstellen, also damit mache ich so ein Template, das legt mir eine Verzeichnis- und Dateistruktur an, um dort vielleicht kompilierte Programme, Skripte abzulegen und das Ganze hinterher mit dem hier zu einem Paket zu verpacken und dann habe ich hinterher ein Debian-Paket, was ich woanders installieren kann. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, guckt euch das gerne mal an, wie das funktioniert. Ein bisschen einfacher ist denn das hier, da müssen wir quasi nicht wirklich was tun, einmal hier das da, das listet die installierten Pakete auf, die in meinem System hier vorhanden sind und das ist die Variante ohne weitere Parameter, aber wenn ich jetzt hier sowas möchte wie Lib, also ich möchte alle Pakete auflisten, die Lib enthalten und sonst nicht, mal hier ein bisschen klarer, dann habe ich hier alles Lib, 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 Lib. Genau, und damit kann ich das ein bisschen eingrenzen, wenn mich bloß interessiert, dass ich vielleicht Pakete mit Bibliotheken haben möchte oder, was gibt es denn noch, ich nehme mal Caps, also Druckerserver, da habe ich denn diese Pakete, die Caps noch mit enthalten, so kann ich mir eine Liste generieren, die ich vielleicht im Skript verwenden möchte, um wieder diese Paketliste in einem anderen System zu installieren. Zum Beispiel, dann gibt es auch noch so ein paar Module für Dokumentenbearbeitung, da haben wir einmal hier, um eine Markdown-Datei in ein PDF zu konvertieren und gleichzeitig noch ein HTML daraus zu machen und wie man EPUB nach PDF konvertiert, wie man ein PDF entschlüsselt oder hier nochmal eine andere Variante von Markdown zu PDF ohne HTML oder PDF-Dateien zu CBZ konvertieren. Also CBZ ist so ein komprimiertes Format, also Comic-Book-Format heißt das und da sind in einer ZIP-Datei einzelne JPEGs drin, also jede Seite aus dem PDF wird zu einem JPEG gerendert und dann in der ZIP-Datei verpackt. Benutze ich ganz gerne für ein altes Tablet, was ich habe, um da Dokumente drauf zu packen und wenn ich das in dem CBZ-Format habe, geht das deutlich schneller anzuzeigen, als wenn dieser alte Prozessor, der da drin ist, ein PDF darstellen muss, also da ist viel mehr Rechenaufwand drin, um PDF in eine lesbare Form zu bringen, für euch lesbare Form, als von einem JPEG das anzuzeigen. Genau. Oder hier alle PNGs in ein PDF umwandeln. Ja, also relativ einfache Konvertierungs- und Erstellungsaufgaben mal als Module verpackt. Weiter geht es mit DT-Edit, mit der Kategorie Edit, also Editieren von Dateien. Da haben wir solche Sachen wie Einkommentieren, also das Kommentierungs-Symbol ist häufig eine Raute in Text- und Konfigurationsdateien wegzunehmen. Und das Gegenstück ist Auskommentieren. Damit werden Zeilen auskommentiert, also eine Raute vorangestellt oder was anderes. Wenn ich das jetzt mal mache, Test.txt und 1, 2, 3, 4, A, B, C, D und jetzt packe ich hier nochmal ein A dazu bei der 2, sodass ich zwei Zeilen habe, in der ein A vorkommt. Und einmal speichern. Und wenn ich jetzt hier das nehme, also auskommentieren und den Dateinamen und ich möchte nach A suchen, so, dann sehen wir da nichts. Aber wenn ich jetzt hier wiederum reingucke in die Datei, sehe ich jetzt, dass hier nur diese Zeile auskommentiert wird. Denn hier steht ja drin, dass das am Anfang stehen muss. Also dieser Suchbegriff muss schon am Anfang der Zeile stehen und dort zählt das nicht. Wenn ich jetzt das Gegenteil davon mache, comment in, dann haben wir jetzt wiederum das Gegenstück dazu. Da ist die Raute jetzt wiederum weg. Und wenn ich das jetzt nochmal wieder anders haben möchte, ich möchte jetzt stattdessen einmal so, so ein bisschen so wie bei C und C++, dann sieht das so aus, dann wird das so auskommentiert. Ja, genau. Also so könnt ihr einzelne Konfigurationsoptionen vielleicht aus einer Datei auskommentieren und dann vielleicht am Ende der Datei andere wieder anhängen. Irgendwie sowas. Also sowas benutze ich denn hin und wieder mal für Konfigurationsaufgaben. Dann gibt es noch sowas wie Füge ein, wenn die Zeile fehlt. Ja, dann Konfigdateien minimalisieren. Da werden denn auskommentierte Zeilen weggeworfen oder leere Zeilen von einer Datei entfernen. oder was einfügen, nachdem ein Suchtreffer war. Also keine Ahnung, wenn jetzt hier die Zeile 4 heißt, ich suche nach der 4 und nach der 4 möchte ich was einfügen, dann könnte ich das hier rüber machen. In der Kategorie GFX für Grafik gibt es auch noch so ein paar Sachen, die ja auch wieder ein größeres Spektrum abdecken. Alles was irgendwie mit Grafik zu tun hat. Also sowas wie Double Resolution, wenn ich da mal hier so Hilfe eingebe, dann versucht es, die Auflösung zu verdoppeln. Also virtuell wird in einer doppelt so hohen Auflösung, also in X und in Y Auflösung verdoppelt. Also insofern, ihr habt hinterher viel mehr so viele Pixel. Und je nachdem, ob eure Grafikkarte das mitmacht, werden die gerendert. Und ihr seht sie nicht, aber das ist ganz praktisch, weil man jetzt Screenshots machen möchte in einer höheren Auflösung, als was euer Monitor das kann. Also das hier kann funktionieren für Screenshots von irgendwelchen Spielen vielleicht, um da nochmal Details rauszuholen für Druck irgendwie sowas zum Beispiel. Dann haben wir hier Bildschirmschoner deaktivieren, indem Mausbewegungen simuliert werden. Also der Mauszeige wird ein bisschen nach da, ein bisschen nach da, ein bisschen nach da bewegt, ohne dass ihr selbst was machen müsst. Sowas gibt es auch in Hardware, das heißt ja irgendwie Maus, Jiggler oder sowas. Und das ist in Software. Dann haben wir hier was, um SVGs zu minimieren. Da werden Informationen rausgeschmissen, die man nicht zum Darstellen vom SVG braucht. Das kann durchaus beachtlich sein, also vielleicht die Hälfte der Größe. Je nachdem, mit dem Modul hier könnt ihr jedenfalls, soweit theoretisch, wenn die Hardware mitspielt, den Inhalt von eurem Monitor, den ihr habt, auf ein externes Gerät spiegeln, also auf dem Beamer darstellen. Aber die Auflösung muss natürlich mitspielen, dass die sich auf was Gemeinsames einigen, was beide darstellen können. Dann haben wir hier noch verschiedene Module, die Dateien umwandeln von PNG zu JPEG oder von PNG zu einem verlustlosen Web P. Das geht auch und das Web P ist noch mal ein bisschen kleiner als PNG. Oder wenn ihr jetzt Vorschaubilder von allen Bildern haben wollt, könnt ihr das hier mitmachen. Oder von JPEG-Dateien die Metadaten entfernen, also sowas wie Aufnahmezeitort oder GPS-Positionen oder so irgendwas. Könnt ihr das hier rüber machen. Dann haben wir auch noch die THLP für Hilfsdinge, die irgendwie klein sind. Und wo ich jetzt nicht wirklich wusste, wo ich die unterbringen soll. Da kann man zum Beispiel so eine Log-Datei mit einem Timeout erstellen. Für komplizierte Skripte durchaus eine praktische Variante. Oder aus einem Verzeichnis hier so lange Dateien löschen, bis genug Speicher da ist. Also das benutze ich, um alte Backups von einer Platte zu löschen. Da sage ich dann, ich möchte gerne 50 GB Plattenplatz haben. Und dann fängt das hier an und löscht alte Backup-Stände. Und fängt beim Ältesten an und geht zu den Neueren weiter nach vorne. Und löscht dann so lange, bis mein gewünschter Speicherplatz wieder frei ist. Dann, was unkritisch ist, hier einfach mal so einen String raushauen. Jetzt wisst ihr genau, wann ich das aufgenommen habe. Am 4.11. um 20.37 Uhr einfach mal Uhrzeit und Datum in einem String, in einem kurzen Text zusammengefasst. Und hiermit können wir Dateien auflisten, die neuer sind als ein gegebener Zeitpunkt. Das hier ist quasi das Gegenstück zu dem hier. Also das sperrt, was solange so ein Timeout aktiv ist. Dann haben wir hier eine Möglichkeit, um 150 Dateien zu nehmen und die jeweils in ein einzelnes Verzeichnis reinzupacken. Wenn ich jetzt ganz viele Einzeldateien habe, also keine Ahnung, ja 3000 Stück, das hier drüber laufen lasse, dann habe ich hinterher 20 Verzeichnisse, wo jeweils 150 Stücke drin sind. Oder wenn ich jetzt Dateien und Verzeichnisse habe, die im Datei- oder Verzeichnisnamen UTF-8 kodiert sind und die zum ISO-Standard umkonferenzieren möchte, kann ich das hier drüber machen. Bei einigen Systemen braucht man es vielleicht noch, aber wahrscheinlich ist die Relevanz nicht mehr so groß. Die Kategorie Info hatten wir ja schon ganz am Anfang, darum überspringe ich die jetzt mal. DT-Monitor. Da gibt es jetzt nie so wirklich viel, exakt nämlich das hier, das überprüft, ob eine HTTP- oder HTTPS-Verbindung funktioniert. Damit könnt ihr relativ einfache Monitoring-Aufgaben durchführen im Zusammenhang mit dem einfachen Monitoring, was ich mal entwickelt hatte, als ich mit Nagios eine Zeit lang mehr oder weniger gelegt habe, was mal eigentlich zu kompliziert war und habe ich mir ein relativ einfaches Monitoring-Tool geschrieben und das hier überprüft, ob eine URL verfügbar ist. Aber das hier ruft ja nicht direkt auf. Das ist im Zusammenhang mit dem Monitoring von den Dodger-Tools. Habe ich dazu schon mal ein Video gemacht? Ich glaube, dazu habe ich noch nichts gemacht. Also das müsste ich auch noch mal ein Video zu machen, damit ihr wisst, wie sowas funktioniert. Ganz, ganz einfaches Monitoring. Kommen wir zur Netzwerkkategorie. Also nett. Mal schauen, was da alles so drin ist. Tabulator. Ja, da haben wir gar nicht so viel. Das beschränkt sich darauf, IPv6 zu deaktivieren. Und das braucht man in einigen Umgebungen wirklich mal, weil da irgendwas nicht funktioniert. Ja, das ist wahrscheinlich falsch konfiguriert in der Umgebung, aber dadurch habe ich schon mal Situationen retten können. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, eine statische IP zu setzen beim Network Manager in der Interfaces und über Conman, über einen anderen Netzwerkverbindungsmanager. Und wie bei den Dodger Tools üblich, das nimmt euch die Arbeit ab, dass ihr euch damit nicht rumplagen müsst, wie das in den Konfigurationsdateien einzutragen ist. Ja, also die Dodger Tools machen das Leben doch sehr einfach an einigen Stellen. Dann als nächstes die Kategorie SF. Das steht für Sourceforge. Falls ihr noch mit Sourceforge arbeiten solltet, wie ich das auch bei M23 mache, da gibt es jeweils das aktuelle Server-Installations-ISO und viele andere Dateien. Und die Webseite wird da gehostet. Dann braucht ihr eventuell auch den Shell-Zugriff. Und ja, dieser Service dahinter ist zwar SSH, aber früher ging es auch besser. Und von daher habe ich dann so einen Rapper dumm rumgeschrieben, der immer wieder versucht, eine Verbindung aufzubauen. Denn das klappt nicht beim ersten Versuch, vielleicht auch nicht beim zweiten und beim dritten vielleicht auch noch nicht. Aber beim vierten, fünften oder so funktioniert das denn doch. So, dass ihr dort eine Shell öffnen könnt. Oder wenn ihr über Async-Dateien dorthin kopieren möchtet, gibt es dafür auch was. Eine etwas umfangreichere Kategorie ist dann wiederum Sys. Da sind systemnahe Dinge mit bei. Also sowas, was man auch braucht, um ein neues Dodger Tools-Skript-Modul zu erstellen. Das geht dann hier rüber. Oder wenn man jetzt einen passwortlosen SSH-Schlüssel bzw. Schlüsselpaar erstellen möchte, geht das darüber. Ein temporäres Laufwerk anlegen. Und wenn ich einen neuen Benutzer anlegen möchte mit einem Zufallspasswort, mache ich das hier drüber. Und wenn ich bei einem schon existierenden Benutzer ein Zufallspasswort setzen möchte, Das kann ich zum Beispiel machen, wenn ich da einen SSH-Schlüssel eingetragen habe, sodass ich mich über SSH ohne Passwort drauf verbinden kann. Hiermit kann ich einen SSH-Schlüssel, einen öffentlichen Schlüssel aus der Authorized Keys Datei löschen. Und dann kann ich mich dagegen nicht mehr verbinden. Also ich kann ja dieses passwortlose SSH-Login machen, indem ich auf der Gegenseite einen Schlüssel eintrage und ich trage den in dieser Datei ein und damit kann ich den wiederum entfernen. Dann, wenn ich ein Daemon, einen Service deaktivieren möchte, kann ich das hiermit machen. Dann kann ich mir hiermit die Host-Key-Hashes auflisten lassen. Also wenn ich das mal hier mache, dann haben wir hier so ein Modul, mit dem man an den Admin oder an die Admins eine Mail schicken kann. Das ist dieser Mechanismus, der vorkonfiguriert ist, der auch benutzt wird im Monitoring oder an anderen Stellen innerhalb von den Dodger-Tools. Das Modul hier sorgt dafür, dass der Rechner runtergefahren wird, wenn ein Prozess nicht mehr läuft. Also wenn ihr irgendwie einen langen laufenden Prozess habt, ihr macht ein Backup oder komprimiert Dateien, was wirklich sehr lange läuft, dann kann dieses Modul überprüfen, ob es noch läuft. Und wenn das nicht mehr läuft, wird das System runtergefahren. Dann haben wir ja noch eine Schrute-Variante, wo Proc, Sys und Dev auch mit eingebunden werden. Dann, auch eher für einen komplizierteren Teil, damit kann man die Init-RDs aktualisieren. Zu jedem Kernel, den ihr installiert, gibt es so ein Init-RD. Da ist in komprimierter Form ein minimales Linux-Dateisystem drin, was als erstes geladen wird, wenn der Rechner hochfährt. Und das wird in Arbeitsspeicher entpackt. Dann laufen da so Startprozesse hoch. Und erst dann wird die eigentliche Partition gemountet, wo euer Betriebssystem drauf ist. Noch eine weitere Kategorie, die sehr viel Verschiedenes auch umfasst. Also technologisch Verschiedenes. Einmal LXC, was ja Container-Virtualisierung ist. und VirtualBox. Ja, und das fasse ich zusammen unter vor allem virtuelle Maschinen, wobei Container ja nicht wirklich so eine virtuelle Maschine ist. Aber genau, also LXC ist Container-Virtualisierung, sodass man auf dem aktuell laufenden System verschiedene andere Distributionen mit Software laufen lassen kann, wobei sich alle denselben Kernel teilen. Also das muss schon zusammenpassen. Und da gibt es hier verschiedene Skripte, die ich gemacht habe, die ich auch schon mal vorgestellt habe in einem Video, wo ich auf einem Raspberry Pi LXC-Container-Virtualisierung mache. Und mit diesen Modulen kann ich verschiedene Dinge machen, also die Konfiguration auslesen in verschiedenen Positionen. Dann kann ich eine statische IP-Adresse setzen und erst mal hier einen unprivilegierten Benutzer anlegen, damit das alles funktioniert, was auch nicht so unbedingt aus der Tüte fällt. Wenn ihr so einen Container mit einem normalen Benutzer und nicht mit Root-Rechten ausführt, können die Prozesse, die da drin laufen, weniger Schaden anrichten, wenn sie aus dem Container ausbrechen sollten, was auch irgendwie möglich ist. Und damit kann ich einen Container unprivilegiert starten. Und das habe ich, glaube ich, übersprungen. Also damit kann man einen neuen Container erstellen für die aktuelle Architektur. Die andere Seite sieht dann so aus, ein bisschen was zur VirtualBox, damit ihr damit Dinge tun könnt, die die Open Source Version nicht so kann. Müsst ihr allerdings aufpassen mit den Lizenzbestimmungen, ob er das so machen dürfte. Und hier kann ich noch dafür sorgen, dass ich VirtualBox ohne ein Fenster starte, dem aber eine feste Auflösung gebe. Wenn ich da drin jetzt einen Desktop starte, dann möchte ich vielleicht eine Auflösung haben, 1024x768 oder sowas. Und dann kann ich mich mit irgendwas anderem darauf verbinden und mir diesen Desktop angucken. Dann zur letzten Modulkategorie, das ist dann X2Go. Und da gibt es genau nur dieses eine hier. Und ja, das ist auch sowas. Das brauchte ich auch irgendwann mal, dass der X2Go-Client nicht bei jedem Mal eine Verbindung aufbauen konnte. Warum auch immer. Wahrscheinlich waren die Versionen von X2Go-Server und X2Go-Client irgendwie auseinander, nicht ganz kompatibel, also halb irgendwie. Und nach mehreren Starten von dem X2Go-Client habe ich auch eine Verbindung gekriegt, konnte damit weiterarbeiten. Aber es war irgendwie nervig, das denn ein paar Mal auszuprobieren und ja, dann irgendwann eine Verbindung hinzukriegen. Das nimmt euch das wiederum ab. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht zu viel Informationen für euch. Und ihr habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen, was ihr auch wirklich bei euch zu Hause brauchen könnt oder auf der Arbeit oder sonst wo. Macht es gerne nach oder lasst es auch bleiben. Je nachdem. Ansonsten, je nachdem, wann ihr das Ganze jetzt hier seht. Vielleicht noch viel Spaß bei den Tux-Tagen oder guckt natürlich gerne einmal vorbei bei dem Tux-Tage YouTube-Kanal. Da gibt es die Videos auch nochmal als Mitschnitt beziehungsweise die Vorträge, die dort gelaufen sind, gibt es als Mitschnitt. Von daher verpasst ihr nichts, wenn ihr später guckt. Oder wenn ihr es live guckt, ist es natürlich irgendwie immer schöner und da könnt ihr dann auch Fragen stellen an die jeweiligen Referenten. Ja, Tux-Tage 23. Sehr gut. Also viel Spaß bei den Tux-Tagen oder ja, guckt da im Kanal mal nach. Ansonsten gerne bei mir auch abonnieren. Ich habe ja einen eigenen Kanal bei YouTube und bei Peertube für diejenigen von euch, die kein YouTube mögen. Und abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020